Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nach den Vorreden, die wir jetzt hier gehört haben, fällt es mir schwer, vor allem durch die gute, in meinen Augen gute Rede von Frau Dr. Schwenke, noch neue Aspekte in die Debatte zu werfen, aber ich habe doch noch neue Aspekte auf dem Papier. Ja, das ist tatsächlich, ja, noch neue Aspekte, seien Sie gespannt. Und zwar, das eine ist, das möchte ich gleich voranstellen, sowohl nach der Rede von Minister Backhaus als auch jetzt nach der Rede von Kollegin Feige, würde ich doch mal wirklich vorschlagen, an Sie von CDU und SPD noch mal darüber nachzudenken, ob Sie nicht den Antrag doch vielleicht zurückziehen wollen oder aber behelfsweise einfach mal ablehnen. Also das wäre wirklich konsequent angesichts der Fakten, die völlig im Konträren stehen zu den Forderungen Ihres Antrags. Selbst den Kastor-Fieber hat mir die Kollegin Feige schon vorweggenommen, deswegen überspringe ich den guten Kastor-Fieber. Es kommen noch weitere Aspekte. Herr Kogat, ich finde es klasse, dass Sie so gespannt lauschen und schon sich recht aufrecht hinsetzen, um alles mitzubekommen, was jetzt noch hier von mir gesagt wird. Zum Beispiel finde ich es ganz spannend, dass im Naturpark Sternberger Seenlandschaft durch Biber-Monitoring festgestellt wurde, dass sich die Population dort eingepegelt hat. Es kommen neue Burgen hinzu, mehr Burgen verschwinden, es ist ein Gleichgewicht entstanden. Und es sind eben rund, wie auch schon gesagt wurde, rund 2100 Biber im Land. Frau Dr. Schwenke ging auf 2300 Biber. Ich möchte noch ein paar Aspekte des Bibers hier betonen, die noch nicht gesagt wurden. Ich glaube, Sie alle kennen Biberburgen, da gehe ich mal von aus und haben vielleicht auch schon mal einen Biberdamm gesehen. Spannend ist es, dass er durch das Aufstauen ja erstmal einen Bibersee schafft, der dann auch Lebensraum ist für ganz viele spannende weitere Tierarten, Wirbellose und Wirbeltiere. Wenn dann der Biber weiterzieht und der Bibersee austrocknet, weil der Biberdamm vom Biber nicht mehr gepflegt wird, trocknet er aus, es läuft weg, das Wasser, dann haben wir eine Biberwiese. Auch diese Biberwiese ist ein ganz spannender und ganz besonderer Lebensraum unserer hiesigen Natur. Das sind lauter tolle Begriffe. Einen kann ich noch drauf geben, einen kann ich noch drauf geben, Herr Kuckert. Das ist die Biberrutsche. Das ist eine ganz spannende Wildspur, auf die es sich lohnt, in der Natur zu achten. Doch kommen wir zurück zu dem Antrag. Mit dem Antrag fordern Sie die Evaluierung des Schutzstatus des Biber. Ihr Ziel ist aus unserer Sicht klar. Sie wollen den bisher strengen Schutzstatus des Biber aufweichen, um so vermeintlich praxistauglichere Lösungen im Umgang mit dem Biber zu finden. Aber, dass es ja schon praxistaugliche und moderne Lösungen gibt, und zwar schon seit Längerem, blenden Sie in Ihrem Antrag völlig aus. Wir haben es in mehreren Reden gehört. Richtig, das ist ein pures Wahlkampfmanöver. Jetzt kommt der neue Aspekt, den ich Ihnen versprochen habe, Herr Kuckert, und der richtet sich an die Kollegin Schlupp. Sie selbst haben sich doch in der vergangenen Sitzung des Agrarausschusses vehement gegen die Refit-Initiative der Europäischen Kommission ausgesprochen. Mit dieser Refit-Initiative will die Kommission diverse Richtlinien, unter anderem die Naturschutzrichtlinien, auch Verbesserungspotenziale überprüfen. Ich zitiere jetzt einmal, was Sie dazu gesagt haben, dann zitiere ich es indirekt. Also Sie haben in den Raum gestellt, ob denn die EU-Mitarbeiter nichts anderes zu tun hätten. Das war Ihre Frage. Nun wollen Sie gleichzeitig mit diesem Antrag, dass sich die Bundesregierung mit der Evaluierung des Schutzstatus einer einzigen Tierart beschäftigt. Ist das nicht Populismus? Davon bin ich überzeugt. Und das bei einer Tierart, die nicht allein nach deutschem, sondern auch nach EU recht streng geschützt ist. Und vielleicht schauen Sie mal als gute Demokratin auf die Entscheidungen des Europäischen Parlaments. Am 2. Februar diesen Jahres hat es mit übergroßer Mehrheit von 592 zu 52 Stimmen, unter anderem auch mit der Stimme des EU-Abgeordneten Werner Kuhn aus ihrem CDU-Landesverband eine Entschließung verabschiedet. Mit dieser Entschließung hat das Parlament die EU-Kommission aufgefordert, sich durch verbesserte Maßnahmen und finanzielle Mittel für die Umsetzung der bestehenden Naturschutzrichtlinien einzusetzen, statt diese im Rahmen der Initiative zur besseren Rechtssatzung, also dieser REFID-Initiative, zu überarbeiten. Also ich weiß es nicht. Was fordern Sie hier, wenn andererseits Ihre Kolleginnen im EU-Parlament und auch mit einer riesigen Mehrheit genau das ablehnen? Gleichzeitig haben Sie durch diese Entscheidung des Europäischen Parlaments erfahren, dass Ihre sogenannte Rüge nach Resolution, wo die umweltpolitischen Sprecher und Sprecherinnen der CDU-Landtagsfraktion immer wieder fordern, dass das EU-Naturschutzrecht überarbeitet und aufgeweicht werden soll, eine klare Abfuhr erfahren, meine Damen und Herren von der CDU. Eine klare Abfuhr. Meine Damen und Herren, dort wo die Aktivitäten des Bibers Konflikte auslösen, müssen diese gelöst werden. Ein Beispiel sind die wiedervernässten Wiesen und Äcker, die in Niederungsgebieten entstehen können, wenn der Biber Wasserläufe anstaut. Was können wir da tun? Wir können in den Damm Biber-Täuscher einbauen. Darauf geht Frau Schlupp in ihrer Erwiderungsrede noch ein. Ein Biber-Täuscher ist ein Rohr, das durch den Damm so gelegt wird, dass der Wasserstand genau auf einer Höhe ist, die verträglich ist. Ja, der Biber ist schlau und hört genau das Gluckern. Und der Biber-Täuscher ist ein modernes, funktionstüchtiges Instrument, das so eingebracht werden kann, dass es nicht gluckert, dass der Biber getäuscht wird. Daher der Name. Herr Kuckert, es gibt Funktionen. Ja, schauen Sie sich das an, gehen Sie zu den Experten, machen Sie eine Exkursion, das kann ich nur empfehlen. Auch die anderen Maßnahmen, die schon Herr Backhaus auch erwähnt hat, nämlich Flächenkauf, Flächentausch, da könnten auch die BVVG-Flächen eine Rolle spielen, um entlang der Gewässerrandstreifen zu schaffen, die dann auch den Konflikt auf eine so gute Art und Weise lösen, dass wir doppelten Nutzen haben. Wir haben dem Artenschutz was Gutes getan und wir haben der Wasserrahmenrichtlinie und dem Naturschutz was Gutes getan. Ein weiteres Instrument sind Entschädigungszahlen. Ein Blick in den aktuellen Haushaltsentwurf des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz. Hilft hier weiter. Unter dem Titel 681.91 finden Sie einen Topf für Ersatzzahlungen bei artenschutzbedingten Ertragsausfällen. Wie Sie wissen, wurde dieser Topf bisher kaum von den Landnutzern und Landnutzerinnen in Anspruch genommen. Hier sollten Sie, statt den Schutzstatus in Frage zu stellen, sollten Sie einmal gründlich prüfen, warum wird hier der Mittelablauf so schleppend stattfinden, warum findet das so statt? Gibt es keinen Bedarf? Ist das vielleicht gar nicht oder liegt es an den Förderbedingungen, an der Richtlinie? Muss da nachgebessert werden? Das wäre ein Ansatzpunkt, wo wir zusammengehen können. Da finden wir sicherlich Gemeinsamkeiten. Das ist klar, dass die das nicht wollen. Wer war das jetzt? Weiß ich nicht genau. Herr Liskow. Die Präventionsmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern sind bereits förderfähig. Dazu zählt der schon erwähnte Biber-Täuscher und auch Baumschutzmanschetten und Verbissschutzmittel und Dammdrainagen. All dies sind moderne Antworten auf Konflikte im Zusammenleben zwischen Biber und Mensch. Und das wollen die Menschen im Land. Wichtig finde ich noch, dass auch der Biber-Beauftragte des Landes, Matthias Hibke, immer wieder klarstellt, dass bis jetzt alle auftretenden Probleme mit dem Biber stets lösbar gewesen sind. Ja, wie gesagt, wir können uns dem Antrag in keiner Weise anschließen. Wir sind auch verwundert, dass Sie jetzt nicht reagieren und den Antrag zurückziehen. Sie, Frau Schlupp, wollen den Biber-Abschuss für Mecklenburg-Vorpommern und das bitte schön ohne vorherige Genehmigung. So steht es in dem Nordkurier vom 24.03. Korrigieren Sie das bitte, wenn Sie dort falsch zitiert wurden. Ich zitiere. Speziell ausgewählte Personen sollten auch ohne Ausnahmegenehmigung einschreiten und auch töten können. Ich komme zum Schluss. Wir halten diese Vorschläge für unangemessen, nicht zeitgemäß und interpretieren Ihren Antrag als pure Wahlkampfrhetorik und wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.